Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier in Monster Hunter. Das ist schon ein Weilchen her, jedenfalls für uns. Ich glaube, ich hab so ziemlich alles veressen. So, ähm... Tja, hast du schon eine Quest ausgegeben? Nö, noch nicht. Ja, dann gönn dir mal. Wollen wir ihn machen. Keine Ahnung, irgendwas? Lass mal wieder reinkommen. Oder nicht? Mhm. Hast du eine Quest bekommen? Okay. Ja. Wir haben einen Notfall. Wir haben einen Notfall. Äh, welches Lager? Eins oder elf? Ich glaube, ich hab elf genommen. Hm. Also hast du eins genommen, okay. Wahrscheinlich. Vorbereitung. So, äh, was ist das für eine Quest? Ist doch ja geil. Erstmal zum reinkommen haben wir doch gesagt. Wollt schon irgendwie funktionieren. Ja, ich ess noch kurz vorher was. Hm. 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 Warum guck ich mich eigentlich nicht die Katze? Ich weiß es nicht. Hm. Hm. Element Widerstand hoch. Okay. Hm. 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 Tutorial, was willst du denn von mir? Ja. Ja. Dein Ziel für diese Quest besteht darin, Materialien zu erhalten und zu liefern. Erster Schritt. Warum hab ich... ...Tutorial-Dinge noch? Warum? hat er mir angezeigt ich hab's weggedrückt ganz einfach auch verlassen gedrückt aber und nein ich hab vergessen ein finanzieller verlust irgendwann werde ich was soll man denn überhaupt da hat hier irgendwas das war eine optionale Quest war es einfach was er mit tun ja komm wir sind hier schon wieder in dieser ja so irgendwo nachlösen jetzt müssen wir echt Kaktusse sammeln ja beste Quest das ist doch auch mal was zum reinkommen reicht es doch mhm geil ich könnte ja nicht ahnen dass die da auch sowas bei haben ist ja langweilig ich kann auch einfach lesen was mit mir nö kann man nicht ist Quatsch das 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 Mach mir Bescheid, wenn du kackt hingefunden hast. Oh, ja. so also ich habe schon mal was gefunden davon aber ich kann nichts vorbeigehen ich muss mal alles aufsammeln Oh. Ah, ich will doch nur das Fleisch haben. Was will ich da nicht? Jetzt verschwindet das hier an. Ah. Ah. Ja. Gut. Das Vieh lässt mich in Ruhe. Alles kein Problem. Geht da. Weißt du wo der ist? Oder? Ich bin hier mitten im Wald da. Ach so, ich habe hier noch ein paar Kakteen gefunden. Dann sammle die an. Ach du Scheiße. Ja. Da war auch noch so ein riesen Vieh. Ich sammle derweil alles an. Ach so. Oh. Da hast du die Quelle gefunden. Pffa. Ach komm. Oh. Oh, mein Inventarsvoll sehe ich gerade. Wie kriegt das Inventar wie zu? Okay, ich habe es geschafft, dass mein Inventar von uns gut. Oh, da ist noch noch. Oh, da ist ein Drache. Oh, schütt. Und er ersprungen. Er ist doch nur ein Drache. Er ist doch nur ein Drache. Hm. Ja, das war wow. Da hat sich das Essen ja richtig gelohnt. Da hat sich. Ja. Warte mal, ich habe es geschafft, dass mein Inventar voll ist. Und ich habe ein Macherlied Erz gefunden. Super. Boah, die hat Belohnung. Das Essen war teurer. Oh ja, zum reinkommen. Spaß genug. Ja. Ja, komm. Weiter. Kann ja keiner ahnen. Ja, ich würde sagen. Dann machst du mal. Ah, ich würde sagen. dann beende ich das mal dann kehren wir mal zurück du hast mir nichts zu sagen ich war fast einen Monat im Urlaub ich habe keine Ahnung mehr so erstmal in der Teichmüll ich habe keine Ahnung Vielen Dank.